Hallo? Was? Bist du schlecht, Alter? Kannst du... Oh my God, du kannst Deutsch. Ja, schön. Oh, Tilde. Oh, Tilde. Okay. Oh, Tilde. Ich dachte, du wär Schwitzer. Hey, sorry, sorry. Komm raus. Du bist so schlecht, Alter. Guck mal, mein Skimm an Lagun Skimm. Du kommst mit deinem 3 Euro mit deinem 800 B-Wax. Meiner kostet aber mehr. Juck, meiner 499 kostet. Sei leise. Jucki sei aber nicht mal so frech. Warum? Ja, ich... wir dachten... also ich wollte eigentlich random-duo. Auf einmal... dachte ich so, okay... das glaube ich in Deutsch auf einmal beleidigt, so einfach direkt. Warum, hä? Bei mir ist einer. Ja, selber Pech, selber Pech gehabt, wenn du mich beleidigst. Du spielst. Hahaha, erbärmlich. Ich hatte keine Waffe, also sehr leise. Komm, nächsterum mit Kiel-Duell. Komm, der mit seinem schlechten Roller-Alter. Ich hab auch keine Waffe. Oh, er hat mich nicht gesehen. Ich hatte gewisse Zeit geholt. Junge! Das ist rot. Wie schlecht bist du eigentlich? Wie schlecht bist du eigentlich? Ja, ja, ja. Entweder bist du auch fett. Oh mein Gott. Wie schlecht. Guck mal. 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 Er hat schon 5 Kills. Wie gut er ist. Okay. Ich hab die neue Pumpka. Die ist gut. Deswegen. Triff. Nein. Ja. Erster Kill. Okay. Was für... Er ist lagged. Was für... Ausrede, alter. Ausrede. Komm schon reinlesern. AIM ist ja wieder da. Oh mein Gott. Er hat mich einfach eiskalt gesniped. Boom. Next kill. Ja, wahrscheinlich. Deswegen hast du mich gerade so... Snipe. Deswegen habe ich gerade auch so ein Snap-Kassierter. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Aber guck mal, die Pam. Die macht einfach Schaden. Obwohl ich da bin. Was für... Es geht ohne Spülstube. Warte. Damit die Rechte sich nicht mehr aufgewollt werden. Mach doch. Wohl. Bin jetzt auch nicht so dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauch die Traps. Nein. Oh mein Gott. Ja, genau da sagst du, dass es nicht laggt auf einmal, ne? Ja. Ja, du hälst dich, ne? Du hälst... Ich bin ja... Ich bin ja... ...und da drastisch... Ich bin ja... ...und da drastisch... Aber... ...und da drastisch... ja was ist wenn ich ok headshots joh man sei ihr mal die jahre die kürze tausend jetzt und wenn du stirbt sagte es lebt Ja, er fletzt hier. Mach so ein Ding, was ich meine. Ja, Deckung. Das ist alles wie vorfällig. Ich hab ein Wort aus. Mach auf. Okay. Ich hab fünf. Wie fährst du denn? Wie viel? Oh nein. Okay. Ist schon ein bisschen anders. Aber wovor kennst du dich? Ah, du machst auch auf neue Shotgun. Ah. Oh nein. 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 Ist ja sicher wer der Sieger ist. Oh nein. 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 Hä? Ich will nur trappen! Hey! Oh! 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 Come on! Ja man! Also, ich riech schon ein Account. Wer ist hier in Führung? Wer braucht schon zwei Kills, bis er Account hat? Die Stirn kommt nicht so weit, Alter! Easy! Das ist Heavy Shotgun 2.0! Okay. Warum schieße ich eigentlich nicht mit Sturmgewehr? Ich hab immer noch High-Ground. Kleiner Bot. Gib mir dein Account, Alter! Und wer hat das mit Sturmgewehr? Dann kommt der was mit Sturmgewehr. Ja! ich freue mich richtig doch musst du äh musst du ja klar komm wenn das jetzt ein No-Scope wird dann muss erstmal zu dir fliegen was für nein was ist das für ein kleiner bot come on das ist mein Account ja No-Scope ey spielst du mit dein Account wie Kasch come on ja das lag die ganze Zeit nein nein komm da was spielst du ja No-Scope gib mir dein Account gib mir dein Account du ich hab 10 ne du 11 ne du bist doch so ein Pro jetzt gib mir dein Account ey er hat wirklich 10 ey kannst doch gerade sehen gib mir dein Account mit Ghoul Trooper und so komm doch gib mir dein Account doch gib mir dein Account äh äh was gibst du mir jetzt No-Scope okay No-Scope gib Account gib Account gib mir dein Account Junge wie ehrenlos ey Leute wie ehrenlos der ist Alter ich hasse solche random Partner die so ähm hier so einfach so wollen so Accounts ne falls ihr ein paar zwei wollt mit einem anderen random Partner ähm ja dann könnt ihr einfach ein Like abonnieren und ja schau